Musik Seit 1964 kicken die in Mainz auf eine Torbahn, eben als Amstergabens. Da haben wir gedacht, das ist eine witzige Sache, das könnte man doch auch als Event umsetzen. Da haben wir gedacht, wir machen die ersten deutschen Meisterschaften im Torbahnschießen. Musik Auf jeden Fall eine coole Sache, zum ersten Mal hier sowas gemacht zu haben, das habe ich noch nie vorher in der Form erlebt. Ich finde es ganz cool, macht Spaß, kann man mal machen. Finale 2016, Commerzbank Arena. Musik Wollen wir nach Jahren, nach Jahrzehnten des Leidens Italien endlich wegschießen? Musik Sosha gewinnt! 2-1 Italien! 3-1 für Deutschland. Bis jetzt ist der Großteil auch sehr freundlich zu uns. Ich denke, wenn wir in Führung gehen, dann wird es hier richtig losgehen. Aber spätestens bei so einem Spiel, da kribbelt es bei allen. Das sind die großen Partien. Hector durchgesteckt. Und da ist es! Tor für Deutschland! Ball auf Gomez! Mario Gomez! Musik Handspiel! Elfmeter für Italien! Unhaltbar! Nichts zu machen! Alle klatschen! Frankfurt klatschen! Jetzt! Musik Wieder die Vertögerung! Und Neuer Harkin! Nein! 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 Neuer Harkin! Neuer Harkin! Neuer Harkin! Yeah! Junior ist Hector! Yeah! Das ist die andere Führung! Aber wenn du den Kürkern! Ja! 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 Wir haben's geschafft! Ja! 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 Ja!